Musik Hi Ben, kannst du mir von dem Weg der Schülerfirma erzählen? Natürlich. Alles fing durch die Zusammenarbeit mit der Schule und Frau Seewald an. Dadurch entstand eine AG. Haben sich dort viele angemeldet? Auf jeden Fall. Nachdem sich viele angemeldet haben, wurde ein Name festgelegt. Denn zu dieser Zeit war der Boss Till. Dadurch ist der Name Tillos Oma-Laden entstanden. Ben, ich habe was von einem Wettbewerb gehört. Könntest du mir mehr darüber erzählen? Der Wettbewerb heißt FutoEgo. Dort stellt man Ideen vor, von denen man überzeugt ist, dass man viel erreichen kann. Und dort hat sich deine Firma beworben? Ja. Aber vorher musste sich die Firma umbinden. Der neue Name war jetzt Food Bar for You. Und danach ging es zum Wettbewerb? Ja. Als die Gruppe schon eine Runde weiter war, mussten sie Vorbereitungen für die nächste Runde treffen. Und die wären? Na, sie mussten Videos, Texte und Bewerbungen anfertigen. Dir gewonnen? Ja. Und dann ging es nach Köthen? Stimmt. Dort, unter den Top 10, musste die Gruppe ihr Konzept vorstellen. Habt ihr in Köthen gewonnen? Ja, natürlich. Die Freude war groß. Was hat eure Gruppe gewonnen? Ein Preisgeld von 1000 Euro. Und wie läuft es jetzt in der Schülerfirma? Die Schülerfirma ist weiterhin bei uns an der Schule aktiv. Komm, wir können ja jetzt mal was essen gehen. Gute Idee. Aber ich bin Wettbewerb. Ich bin in der Schule. Bei uns bin ich da, começmidades bei uns an. Untertitelung des ZDF, 2020